ja leute herzlich willkommen wieder zurück bei call of uhrers der guckt immer noch scheiße jawohl und weiter geht's hier wir müssen den gefangenen finden aus dem gefängnis ich verriege dich gleich alle von vorne bis hinten barm 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 immer rein damit verstehe scheiße abgeschlossen suche einen anderen weg ich gebe die deckung mhm was sehe ich denn da oben was ich denn mein geschultes ein geschwultes mein mein hab doch mal erbarmen bitte tut mir nicht umlegen das sind zu viele wo sind zu viele ich muss hier raus zu sterben für diese verdammten mehr männer los jetzt und zack jetzt zahlt sich das viele training hallo hallo was war 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 wenn man wütter schütze hier wenn er so drauf es geht hier also und mir nicht kommen die zivilisten und die alter alter hört doch mal auf oh alter Alter, was sind das denn für Effekte? Haha! Hast du gesehen? Du scheinst ja mächtig Spaß zu haben, Ray. Was ist verkehrt daran, Spaß bei der Arbeit zu haben? What the fuck, Kollege, Alter. Hat der das ganze Ding... Lol. Ich geb dir Deckung! Runter! Scheiße! Noch mehr von denen! Los jetzt! In Deckung! Alter, geh doch in Deckung, Mann! Schalte sie aus! Scheiße! Gut gemacht! Jo. Zack, Kollege. Verdammt guter Schuss. Danke, Bruder. Ja. Mit meinen geilen Zielhültern. Oh ja, da hab ich's dir leider. Dann marschieren wir rein. Jetzt. Du hast ein paar Blätter. Ich? Einfachst du es ja selbst! Geil. Ich find die Konversation richtig geil. Will der mich verarschen. Oh ja. Jetzt los! Die Fliege verpisst. Ich bemerzt mich in meinem und ich fährst meine Konversation im Feuergefecht hier. Ich fährst meine Konversation im Feuergefecht hier. Okay, Bruder. Rauf da. Und krepier mir da oben nicht, hörst du? Alles klar. Wir leben noch. Wie komme ich jetzt da? Hahaha. Wohl das, lass so raus. Wie beim ersten Mal. Go, go, go. Bad Ring. Oh. Hallo. Jetzt hätte ich natürlich ein Gewehr brauchen und nicht die Scheiße wollen, aber... Oh, Entschuldigung. War ein bisschen nah an dem Mikrofon. Bis das Gebäude dort kommen wir auf die Hauptstraße. Scheiße. Ich hab schon wieder verpeilt. Das ist richtig zu starten. Ich denk mal wieder fünf Minuten oder so. Wir sind hier! Oh! Weigling! Oh! 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 Boah! Ich vermute, dass ich mir noch den anderen baueren gewohnt habe. Ich musste einfach deinen Arsch retten. Kann ich jetzt hier oben bleiben oder? Ich glaube, wir müssen runter, ne? Aha, ich spiele die Leiter runter, alles klar. Oh, so neu ist das Spiel auch wieder nicht. Also 2009, Mann. Aber du hast doch auf das Pferd gezielt. Rein da jetzt. Was? Zack, zack, zack. So viel Geld brauche ich auf jeden Fall. Moment. Close Quarters? Bitte tut mir nichts. Wo ist das Problem, Leute? Da sind nur zwei von den Arschlöchern. Ihr bekommt 200 pro Kopf. 400 für zwei tote Hure, Sir. Eilung, Gatling kann auf. Was? Schalt sie aus. Ich gebe dir Deckung. Hier! Oh, scheiße. Die jungen Zingeln-Mods. Nein, ich bin. Fuck. Fuck. Jetzt heizen wir diesen Arschlöchern ein bisschen nach Mama. Wie komme ich da durch, Arschlöch? Alter, Framer-Brüche. Trotzdem die Kills. Oh, alter Vater. Was ist denn das jetzt hier wieder? Nee. Alter, alter, alter. Alter. Nee, Leute. Nee. Nee, was ist das denn jetzt hier? Jetzt habe ich selbst eine Hauptbühne hier. 20 Frames. Ach, nee. Ihr Mann, komm, verarsch mich nicht. Ich gehe halt mal zurück zum Menü. Leck mir die Kimme auch nochmal 20 Frames. Ja, ich muss das Spiel leider neu starten, Leute. Okay. Hau da rein. Bis gleich. Tschüss. Ja, Leute. Weiter geht's hier. Nach dem kurzen Ausfall gerade eben muss ich spielen Neustadt. Ich weiß jetzt nicht, wo es weitergeht. Ich schläge einfach mal auch weiter. Nein, das wollen wir nicht sehen nochmal. Wir zogen nach Norden. Ins trostlose südliche Arizona, um den Waffenschieber zu treffen. Der Ruhr-Arrest hat ein Gewehr. Halt deinen Maul. Ich habe gesagt, du sollst deinen Maul halten. Was verstehst du daran nicht? Mann, was hältst du so lange? Es ist auf der SSB. Okay. Wo ist das Problem, Leute? Okay, dann schauen wir hier nochmal rein. Oh, hier aber keine. Oh, hier aber keine. Oh, scheiße. Hau ab oder sterben. Oh, jetzt. Ritten Action, habe ich gehört. Verpiss dich, Mann. Was ist, geht mit dem Kollegen? Stimmt, was ist das denn? Ja, da falle ich mich gerade auf, was zum Teufel das war. Wenn ich hier schon wieder Framer am Röschchen kriege, schmeiße ich das Spiel gegen die Wand an. Ich hatte das schon. Oh ja, sicher. Wieso? Was soll der Scheiß? Ich kann ja mal Röschchen von meinem Opa dann noch flüssiger spielen, ey. Komm, verarsch mich nicht. Junge. Geh weiter und... Ich spiel das nicht in... Sieht nicht gut aus. Aha. Minderwertig, dass du 30 Frames in Spielen zu müssen. Mann! Mann! Ich spiel das jetzt. Komm, mach weiter. Aha. Boah, ich hab schon gedacht, Leute. Liegt von mir! Wir kriegen Gesellschaft! Ich musste einfach deinen Arsch retten. Nicht so dringend hier am Boden rumkriege ich. So, weiter geht's hier. Komm, ey. Ernsthaft. Verdammt. Lass mir auch noch welche. Hast du was gelernt? Nein, ich hab schon was gelernt, dass du ein durchgeknallter Mistler bist. Ach, egal. Was ist jetzt los? Ja, mir scheint das Spiel wieder abgeschmiert zu sein. Hammer nice, Leute. Heute geht das ja richtig ab. Ich fang gleich an zu halsen, Mann. Was soll das denn? Wer mobbt mich denn hier? Ich werde aber nicht gemobbt werden. Bling. Bling. Hallo. Checkpointed. Was? Was? Läuft die Aufnahme noch oder nicht? Ja. Ja, gut, Leute. Sehen wir uns beim nächsten. Boah! Boah! Mann! Mann! Was ist gleich aus hier? Deine Mutter reagiert nicht mehr. Boah, 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 boah. Wo ist meine Maus, Mann? Ich... Weißt du? Weißt du? Gleich ist hier absolute Eskalation. Absolut. So, jetzt wird das hier über Taskmanager beendet. Leck mich doch. Leck mich. Hallo. Keine Rückmeldung, ist mir egal. So, Fraps. So. Ich lasse die wieder auf. Wir haben jetzt einfach laufen. Das ist mir egal. So. Zu. So, jetzt mache ich alles zu, was hier noch offen ist. Ich habe viel zu viel noch offen. So. Ja. So, weg. After Effects Datei. Speichern unter. Ich mache euch ein schönes Hintergrundbild. Glaubt mir. Ähm. Speichern unter. Eigene Videos. Wo war das denn? Neue. Verschiedenes speichere ich das. Ich habe jetzt keinen Bock hier lange zu überlegen. Mann, Leute. Komm. Das mobbt mich wirklich, dieses hier. Oder? Oder mobbt es mich nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es mobbt mich. So. Dann machen wir auch zu. Dann haben wir hier noch einen Ordner. Dann haben wir noch die Fraps Dateien noch offen. Ach, dann nennen wir die auch nochmal gerade um. Steuerung V. 10.2. Enter. So. Noch was? Ach komm, haben wir noch Word offen. Speichern wir mal. Beenden wir auch noch. Was haben wir noch offen? Ach, Steam haben wir auch noch offen. Machen wir mal zu. Komm. Skype. Haben wir Skype auch noch offen? Haben wir auch noch offen? Machen wir auch noch zu hier. Machen wir sogar Skype beenden hier. Und mock nicht rum, du Scheißtyp. So. So, jetzt haben wir nur noch Outer City und kein Call of URs mehr laufen. Jetzt kann ich Steam wieder öffnen. Ich habe... Ich reiß gleich aus hier. Mal jetzt über die Taskleiste. So. Ich möchte gern Call of URs spielen. Danke. Ding. Ding. Ich gehe wieder los in 3, 2, 1. So. Tacklen. Jetzt geht auch wieder was. Ja, ja. Seht mal, wie wunderschön das hier alles ist. 2013. Nee. Scheiße. Was gebe ich denn da für ein Passwort ein, Mann? Blumentopf. So. Einzespieler. Mehrspieler können wir auch noch mal machen. Aber das wird wohl eher ein bisschen dauern, wenn ich hier mit der Scheiß... Wenn das so weiter geht hier... Da schreie ich echt bald rum, doch. Jetzt müssen nur noch die... Wir sind schon wieder bei 30 Frames, Mann. Ja, ist mir doch egal. Ist mir doch egal, Mann. Der Ku-Arrest die Gewehre versprochen hat. Ich gebe dir gleich Gewehre im Arsch, Alter. Schieß dir gleich rein. Mal gucken, welcher Speicherpunkt da jetzt ist. 60 Frames. Ich unterhieb mich auch. Die beliebige Taste zum Starten. Aha, gut. Okay, jetzt sind wir noch relativ nah am Geschehen. Ich weiß nicht, ob ich zivilistisch vielleicht abschneiden darf. Wieder so einer. Wo sind die Böden hier? Sei nicht so laut. So. Na, Leute. Das macht viel Spaß. Komm, wir für euch ja auch. Wir werden auch die Spupis. Ja, ich sag's wohl, ich war gerade dran. Einen Satz aufnehmen macht Spaß. Für euch. Danke. Ich muss nicht kreis geschauen. Jetzt los! Raus. Aber du hast doch auf das Pferd gezielt. Ja, was? So. Das war kein Kinderspiel. Das stimmt. Das war echt kein Kinderspiel. Auch für mich hier die Aufnahmen wieder zum Laufen zu kriegen. Das war kein Kinderspiel. Hallo? Aufpassen. Immer zu Hause. Stirb du, Drex. Ein Hinterhalt. Uuh. Der Mistkerl gehörte mir. Zack. Sie sind hier. Scheiß, Kerl. Es ist fast geschafft, bringen wir es zu Ende. Was ist der kleine Bruder da draußen? Mal sehen, was die große Krassel ist auf der Seite gesagt. What the fuck, what the... Fick. Hey, hey. Oh ja, sicher. Sorry Leute, aber das muss zu sein. So, komm Kollege, ist feist. Er muss dort sein. Okay. Ganz schön knapp. Oh Mann. Jetzt sagen wir euch immer Ei. Eier oder was? Überlebt der einen Shotgun-Schuss vor mir? Wir kommen von Juarez. Kannst du gehen? Da haben wir ja den Sack, die Hackfresser. Bring uns zu den Gewehren. So, und die Gewehre, würde ich sagen, holen wir uns in der nächsten Folge von Colla Fures, die hoffentlich jetzt keine Probleme mehr macht. Mann, ich bin so ruhig heute. Das ist so schön. Es ist so schön. Es macht so viel Spaß. Haut rein bis morgen oder bis übermorgen. Tschüss.